Hallo, ich bin der Bichler Michael aus München, aus Deutschland, Germany und es ist meine zweite Romaniacs und schauen wir mal, vielleicht klappt es sogar mit einer Top 20 Positionierung. Hallo, ich bin der Bichler Michael aus München. Ich bin Twan Voppel, komme aus Deutschland und komme mit Bronte Klas mit dem Red Bull Romaniacs. Hallo, ich bin Andy Bürger. Ich bin zum zweiten Mal bei der Romaniacs dabei und freue mich auf ein paar tolle Enduro Tage in Rumänien. Ich bin der Bichler Michael aus München. Ich bin der Bichler Michael aus München. Ich bin der Bichler Michael aus München, Arizona, USA. Ich bin hier zu do Red Bull Romaniacs für meine 6th time. Ich bin in Bronze class und werde ich es gut gehen. Ich bin der Bichler Michael aus München, USA. Ich bin der Bichler Michael aus München. Ich bin der Bichler Michael aus München. Hallo, mein Name ist Henry Reinert, komme aus Deutschland, freue mich hier zu sein, freue mich auf vier harte, schöne Tage und ja, alles super. So, ich denke, jetzt kommt der Ruhe wieder, die Schleuchte, die Schleuchte, die Schleuchte, die Schleuchte, die Schleuchte, die Schleuchte, Hallo, ich bin der Martin Lindner alias Schurl, es ist meine 15. Teilnahme und ich starte heuer wieder in der Brossklasse. Ich bin der Brossklasse. Hallo, ich bin Rico aus Deutschland, ich bin in Bronx-Class, es ist mein 3er und ich hoffe, dass wir viel Spaß haben dieses Jahr. Hallo, mein Name ist Lauris Ermanis, ich bin aus Latvia, ich bin in Bronze-Class. Das ist mein 3er Red Buller Maniacs und ich hoffe, dass ich die 5 Tage von großartigen Rennen will. Das ist mein 3er Red Buller Maniacs. 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 Es ist mein 3er Red Buller Maniacs. My name is Tonugallast, I'm from Estonia. I just came to enjoy the mountains, nice tracks and views. So, I'm going to enjoy the mountains. I'm going to enjoy the mountains. I'm going to enjoy the mountains. Hallo, ich bin Adam Kyle von Heyer Myer in Wales, 3rd time doing Romaniacs, 3rd time Lucky, hopefully, we will see Mein Name ist Tino Bauer, ich fahre in der Bronzeklasse mit, ich bin das dritte Mal hier und ich freue mich nochmal mitzufahren und ja, wichtigste ist für mich ins Ziel zu kommen, gesund zu bleiben, und Spaß zu haben Hi there, ich bin Thomas Easton, es ist meine 2nd time hier in Romaniacs, das letzte Jahr war die erste I just hope it won't rain too much, because it can be very very difficult for me otherwise, just hope to finish Hallo, ich bin Marc, 2nd Romaniacs consecutiv After the suffering of the last year, we decided to come back with the goal to enjoy and suffer at the same time And to pass it big on these mountains from here, so we hope everything goes well and enjoy With the 這 Ich bin Petr Vítek. Ich bin hier im 3. Jahrhundert. Ich habe hier meine Familie und sehen, wie es funktioniert. Vielen Dank, ciao. Hallo, mein Name ist Jaime Cadena. Ich komme aus Mexiko. Das ist mein zweites Mal in Rumänien. Ich bin in Bronze-Class. Last year was very tough, was very difficult. I got a lot of mistakes and probably this year is going to be better. I train a lot. I stopped drinking a lot of things. So, let's see what's happened. Jetztido auch. Ich bin nur Söster. Es gibt Wkelas-Söster nicht mehr für ein Decさん über ist. Es gibt covid- Gloryen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mein Name ist Marco Berger, ich komme aus Österreich, das ist das zweite Mal, wo ich in Rumänien antrete. Letztes Jahr habe ich es leider nicht durchs Ziel geschafft, wegen einem technischen Problem. Heuer werde ich versuchen es nochmal, gehe es nochmal an und hoffentlich funktioniert es, klappt es heuer. Hi guys, nice to be back here at Rumänix again. Fifth one, this year I want to finish it, let's see if we get under the hundredth one, but be safe and out there. Thanks for those watching, I know this video is for friends, so hola a todos, gusto verlos, saludos. Hallo, ich bin Michael, ich komme aus Österreich. Ich freue mich schon aufs Rennen, ich hoffe es wird eine coole Woche und ich hoffe wir kommen gesund ins Ziel. Hallo, mein Name ist Hans Dolmström. Ich bin von Schweden, ich bin hier für eine vierte Mal. Ich habe es geschafft, dass ich mit Iron ein Jahr закончiere, und jetzt ist es Zeit für Bronze. So, ich erwarte eine fabelvolle Rennen. Auf Wiedersehen. Hallo everybody, ich bin Paul Tares, ich komme aus Andorra. So, yeah, we try to repeat the same goal the last year, put the Teneri on the finish line and enjoying every day, full gas. Hello, my name is Florian from Bavaria, third time Romaniacs and I try to finish the bronze class. So, yeah, we try to finish the bronze class. So, yeah, we try to finish the bronze class. So, my goal for this year's edition of Red Bull Romaniacs is to have a lot of fun. So, yeah. So, yeah. So, yeah. So, yeah. So, yeah, it's the first time. Ruh, 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 ruh. I was here in 2020, so it was a COVID edition with, uh, there was no prologue, so I'm a little concerned about the prologue. Yeah, but overall, I think we're here to have fun and finish safely. Mm, mm, mm. 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 Hallo, mein Name ist Manuel Müller, ich beginne dieses Jahr in der Bronze-Klasse und ich werde das Rennen beendet werden und es ist sehr schön hier, dass ich hier bleiben kann. Ich werde das Rennen beendet werden, aber ich werde das Rennen beendet werden und ich werde das Rennen beendet werden. Für dieses Jahr, wir haben die ersten 30% der Rennen in der Bronze-Klasse und das wäre ein sehr guter Ziel zu erreichen. Ich werde das Rennen beendet werden, aber ich werde das Rennen beendet werden. Hi, der Rahmpeter aus Deutschland, ich starte in der Bronze-Class, schauen wir mal was geht. So, wie geht es? Ich bin Alexander Daan für die 3e Romaniacs Bronsklasse. Ich hoffe, die Finis wieder zu holen und vielleicht noch ein Mal wieder zu kommen. Ich bin Alexander Daan für die 3e Romaniacs. Ich bin Alexander Daan. Ich bin Alexander Daan. Ich bin Alexander Daan. Ich bin Alexander Daan. Hallo, Paul Westgarth. Ich bin Alexander Daan. Ich bin Alexander Daan. Ich bin Alexander Daan. Musik Hallo, mein Name ist Riccardo Gimont, von Venezuela. Hier ist die Romaniacs, das ist der Schmerz von allen Piloten. Vielen Dank an meine Familie und meine Frau, Sharon, die mich unterstützt. Und jemand, den Enduro liebt, hat die Romaniacs zu kommen. Das ist der Schmerz von der Schmerz. Das ist der Schmerz von der Schmerz. Das ist die vierde keer, dass ich mit dem Red Bull Romaniacs komme. Und ich hoffe wieder die Finns zu haben. Und viel Spaß daran zu haben. Das ist der Schmerz von der Schmerz von der Schmerz. Hallo, ich bin Nikola Zlofitis. Third time hier an Romaniacs. Hopefully I will finish it. Das ist der Schmerz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Simon Nutter, Bronze Class, No. 335 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So this year's goal is to get a bit higher than I did in 2019 in Bronze Class, a bit further up the table. So this year's goal is to get a bit higher than I did in Scotland. cool Down to the Lyn forıyor Mission Bis zum SWRI für die 17. Bye bye! Los geht's! Los geht's! Hi, my name is David Wormald, I'm over from the Isle of Man. I'm very much a Sunday rider and a weekend rider. I've come over to have a go at the Iron Class and I'd be super chuffed if I got it finished. That's all I'm here for, a finish. And if I do, I'll maybe have a go at Bronze next year, but that'll do me. Let's go! Let's go! To end it, finish! Let's go! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Hi, mein Name ist Marc Baseng, das ist mein 3. Mal bei der Red Bull Romaniacs. Ich werde in der Bronx-Klasse spielen. Und das Ziel ist, dieses Jahr zu Ende der Bronx-Klasse. Und ich bin sehr froh, hier zu sein. Und ich werde dieses Rennen sehr, sehr viel Spaß machen. Vielen Dank. Ja, das ist mein erstes Rennen. Ich bin hier bei der Red Bull Romaniacs. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr froh. Ich werde mein Bestes machen. Und im Endeffekt, ich denke, es wird eine sehr, sehr schöne Abenteuer sein. Ich bin sehr froh. Ich bin Vlad Kassian, bin ich 16 Jahre alt und ich hoffe, dass ich den Kursen gut bin. Ich bin in Bronze gewonnen. Das war's war. Hallo, ich bin Benjamin Nielsen aus Australien. Ich bin mein erstes Red Bull Romaniacs. Mein Ziel ist es, zu Ende der Kursung und zu haben eine gute Zeit. Und das ist es. Ich bin ein Wögel der Kursung. Ich bin ein Wägel der Kursung. Das war die Foul Plugs. See where we can get to this time. Hello, I'm in the first edition and I'm happy to be here. I wrote it in 2019, so I should have been in 2020, but because of the pandemic, I didn't come to the edition in 2020 or in 2021. I'm from Brazil. My name is Junior Brittoni. First time. Yes. First time. First time. First time. First time. Red Bull Romaniacs. De fapt, a fost un cadou in der Pliniei Vastei de 40 de Jahre. Ich möchte, dass ich alle fünf Wochen ohne Ereignisse und, wenn ich es kann, ich bin 30% der Spieler in der Bronze-Bronze. Mein Name ist Pablo Bonilla, ich bin der Golilla Enduro Team von Caracas, Venezuela. Das ist mein zweites Mal hier im Red Bull Rumaniacs. Last Jahr kam wir in Iron class, wir haben ein ziemlich guter Job. This Jahr sind wir in Bronze class. Ich freue mich über die Prologue dieses Jahr. So I just want to finish the race. Hi, my name is Jordi Marquez, this is my first Red Bull Romaniacs, that's something that I always wanted to do. I came for the adventure and for the challenge, so bring it on! Let's go, let's go, let's go! Hallo, mein Name ist Carlos Cortes, ich bin Paraguay, ich bin in Bronze-Class. Das ist mein erstes Jahr hier in Romaniacs und mein Ziel ist es, dass ich ein Finisher dieses Jahr bin. Das ist mein erstes Jahr, ich bin in Bronze-Class, ich bin in Bronze-Class. I'm Shane Rothwell, competing in bronze, just hoping to get to the finish line. I'm Shane Rothwell, competing in bronze, just hoping to get to the finish line. Hi, I'm Eric Kolthoff from Timorland, riding with four friends, bronze, and we enjoy it, I hope, and finish the race. I'm Shane Rothwell, competing in bronze, just hoping to get to the finish line. Hi, my name is Marco, I'm from Paraguay, first time here in Romania, and on the race, I will ride in bronze class, and the goal here is to enjoy your ride. Fuerza Paraguay! Fuerza Paraguay! Fuerza Paraguay! FUURza Paraguay! FUURza Paraguay! F shoe fail team combined with 5 and 4 doublesite touchdowns! Mein Name ist Paul Kranz, ich bin seit März dieses Jahr. Ich beginne in der Bronx-Klasse und mein Ziel ist es, die Bronx-Klasse zu Ende. Ich bin sehr begeistert und wir sehen, was passiert. Ich bin sehr begeistert und ich bin sehr begeistert. Ich bin sehr begeistert und ich werde dabei, seine Reparatur zu understanden. Ich bin sehr begeistert und ich bin sehr begeistert. Der Bunker ist kein Ersatzpunkt. Ich bin sehr begeistert und ich will anальных, wie es hoch Noble ist, und ich bin sehr begeistert und es gibt auch kleine Bunker. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Matt Adams, from Wisconsin, United States of America My goal is for the year to finish, not get injured, keep moving forward Racing Bronze class, happy to be here, can't wait Racing Bronze class, happy to be here, can't wait Racing Bronze class, happy to be here, can't wait Racing Bronze class, happy to be here to be here, can't wait Racing Bronze class, happy to be here, can't wait Huaela Hallo, ich bin David Serra, ich bin von Lérida. Das ist meine zweite Teil in Rumaniax. Este año venimos con muchas ganas porque vienen muchos compañeros en El Equipo y tenemos ganas de hacerlo bien y disfrutar, por eso hemos venido, muchas gracias. Hallo, ich bin Pere Mas und werde ich in der Bronze-Categorie in meinem ersten Romaniacs. Ich bin Pere Mas und werde ich in der Bronze-Categorie in meinem ersten Romaniacs. Ich bin Alexi Raguay, ich komme aus der Bronze-Categorie in meinem ersten Romaniacs. Ich bin Alexi Raguay, ich bin der Bronze-Categorie in der Bronze-Categorie in meinem ersten Romaniacs. Ich bin der Bronze-Categorie in meinem ersten Romaniacs. Hallo, ich bin Yun-Jae-Jung. Ich bin South Korea aus dem Namen, A.K.A. Tongdak. Ich bin wirklich in dieser Vertical Madness. Ich bin der Bronze-Categorie in meinem ersten Romaniacs. Ich bin der Zwischenzeit geholfen und überfühlen. Ich bin die Jahrzehnte, und wenn ich in Zukunft wiederkommen kann, ich bin in der Zwischenzeit-Categorie in der Zwischenzeit-Categorie und es möchte zusammenkommen. Ich bin froh. Und dann noch ein paar. Hi, I'm John, I'm coming from France, and it's my first time in Romagnac races. I'm coming from the Ich bin der Klaus Hohema und ich fahre da jetzt mit bei der Rumänix. Ich bin der Klaus Hohema und ich bin der Klaus Hohema und ich bin der Klaus Hohema. Ich bin der Klaus Hohema und ich bin der Klaus Hohema. 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 Es war eine Herausforderung zwischen mir und zwei Freunden. Aber sie haben schon ausgesprochen. Ich bin der Klaus Hohema. 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 und ich hoffe für eine Top 20. Hey Bula, mein Name ist Jason Shugg, und ich bin hier mit Fiji für den ersten Mal in der Rebel Romaniacs, in der Bronze-Klasse. Ich habe noch nie hier vor, aber ich bin trainiert, und ich bin viel über das Thema. Ich bin sehr froh, zu sein, und ich bin sehr froh, mit der Erfahrung zu erleben, und ich bin sehr froh, wie möglich. Aber ich bin sehr froh, zu sein Fiji für den ersten Mal. Ich bin Dave Taylor von South Africa. Ich bin sehr froh, und ich bin sehr froh. Ich hoffe, es bleibt cool und warm. Ich bin sehr froh, bei der Ich bin Team Araya, der mir dieses Jahr mit dem Team Araya geführt hat und mit dem Ziel zu gewinnen. Ich bin jetzt für Bronze. Die Ziel ist es zu Ende. Herzlichen Dank an die Familie, die mit mir alle Zeit sind. Das war's für heute. Das war's für drei Jahre. Und zurück für meine vierte. Die Bronze. Und ich freue mich auf's. Ich bin aus der Czech Republik. Ich bin aus dem ersten Red Bull. Ich bin aus dem Jahrzehnt. 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 von der UK, der erste Mal hier in Rumänien, ich freue mich, und ich hoffe, dass ich es enden. Hallo, ich bin Simon Testard, ich komme aus Frankreich für den Red Bull-Romaniak. Ich komme aus Frankreich für den Red Bull-Romaniak. Hallo, ich bin Jordi Anadon, ich bin Frankreich. Es ist meine erste Mal im Red Bull-Romaniak. Ich hoffe, dass alles gut ist und ich genieße diese Rennen. Ich bin froh, ich bin froh. Hallo, ich bin Tomas. Ich bin hier bei Romaniacs, das erste Mal in der Proz-Klasse. Ich hoffe, ich werde viel Spaß haben. Und ja, das ist es. Mein Name ist Gustavo Avendaño. Ich komme aus Argentinien. Mein Hauptziel für die Reise ist, dass ich in guter Form zu erreichen werde. Hoffentlich. Ich bin hier bei uns. Hi, mein Name ist Stephen Aubrey. Ich bin aus der UK. Das ist meine vierte Zeit bei Romaniacs. Und ich bin froh, wenn ich bis zum Schluss komme. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. 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 Hi, mein Name ist Ben Roper. Das ist der erste Mal hier in Romaniacs. Ich habe immer wieder einmal gewonnen. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Das war's für heute. Das war's für heute. High up. Das war's für heute. 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 Just got to go to the end. Really excited. Brilliant. Das war's für heute. Das war's für heute. I came here in 2018 for the 15th edition, riding as an Iron rider, and I can't say I enjoyed it, but signed up in 2020 to come back and ride as a bronze rider, but unfortunately due to COVID, there was a bit of a delay, but here I am. I'm going to go to the end. Will Midgley Hi, mein Name ist Will Midgley, ich bin aus der UK. Das ist der 3. Mal, ich bin zu Rumaniacs und bin in der Bronze-Klasse. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Jack Kitchen Bronze-Glass Jack Kitchen Bronze-Glass Jack Kitchen Jack Kitchen Jack autour Hallo, ich bin Rogério aus dem Brasil. Ich bin in Brasil, meine 3rd Mal hier in Romaniacs. Dieses Jahr habe ich eine Gold-Bronze-Class. Ich bin zum ersten Mal hier in Romaniacs. Ich bin Newcomer und probiere hier mein Bestes. Ich bin ein paar Mal schon in den Europameisterschaften gefahren, in den Heelclimbing. Ich komme eigentlich vom Triall und Erzberger Rodeo bin ich fünfmal gefahren. Aber das war vor 15, 20 Jahren. Jetzt probiere ich mein Bestes. Ich freue mich darauf, wir sind häufig Kilometer gefahren. Und jetzt geht's bald los. Mein Name ist Wojciech Wolny. Ich bin fast als Graham Jarvis. Aber ich kann nicht mit meinem Karrieren, bevor ich nicht mit dem Romaniacs. So, see you on the track. Mein Name ist Wojciech Wolny. Ich bin fast als Graham Jarvis. Wir sind die ersten Mal hier in Romaniacs. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Ich bin ein großer Herausforderung. Ich bin der Regularität der Barschel. Ich bin sehr glücklich. Heute habe ich ein Arm-up und habe gesehen, das ist sehr hoch. Aber wir werden mit alles. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Hi, I'm John Lister. From England. Back to try Romaniacs again. Done it in 2017. Finished. Hoping to do a bit better. In bronze class. I'm a Romaniacs. 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 Ich bin in Romania ein paar Mal in Reilen, aber ich wollte immer noch ein paar Reibler und ich bin immer noch ein paar Mal in Reilen. Ich bin immer noch ein paar Mal in Reilen, aber ich bin 55, also muss ich nach der Klasse so yeah bronze class for this year and um yeah we're looking forward to it so uh all good my name is alex i come in from slovenia i'm first time here i ride the motorcycle around three years and my goal here is to finish the race so hey everybody heart out of singapore i want to say hi to my friends in singapore malaysia south korea and australia everywhere else i'm doing bronze class and my target is just to finish hello my name is sean i'm from singapore this is our first time in romania and this is the first time we take part in a red bull romanix thank you hello hello i'm jacovinko vitalia from ukraine i'm glad that i'm here to finish all the participants and all the world thank you so 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 hi i'm will packer from england i crashed out in 2018 so i'm back for revenge this year so 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 hello my name is alex i'm the first time here and my goal is to finish in prose class so 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 Ich hoffe, dass ich hier bin. Nach einer Leidung mit meine Freunde, mit neuen Freunden, nach einer Essen, das ist normal. Hier sind wir, in 1. Rumaniak. Wir versuchen, dieses Rally so emblematisch zu erleben, mit einem besonderen Ort. Ich empfehle euch, dass ihr nicht so denken, und dass ihr euch in dieser Rally so schön ist. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Timo Kielinger. Ich bin Timo Kielinger aus Deutschland und ich compete in Bronze-Klasse dieses Jahr. Hopefully, es wird nicht zu heiß. Ich denke, wir müssen viel zu fangen. Stay cool und wir sehen uns in Gusterizza. Hey, mein Name ist Agris Bezais. Ich bin Hobby-Rider von Latvia. Und dieses Jahr ist mein Ziel in den Top 50. Und das ist auch mein erstes Romaniak hier. Oh ja, nein, Drona. Hi, ich bin Markus Sinnes von Switzerland. Ich beginne in Bronze-Klasse. Das ist die erste Mal bei Romaniacs. Und wir sehen uns, wir haben Spaß. Wir machen so viel wie möglich. Wir sehen uns. Vielen Dank. Hallo, ich bin Kakos Lofidis, ich bin Cyprus, das ist mein erstes Mal hier, und ich hoffe, zu haben Spaß, nicht zu werden, und wenn ich es endet, würde es gut sein. Das ist mein erstes Mal hier. Hallo, ich bin Elari, ich bin von Estonien und bin hier, um den Rennen zu genießen und gehen so schnell wie ich kann. Ja, ich bin der Rennen. Zdravím do ČR, Martinko, Bastíku, Andrejko, miluji vás, stej Wendo, děkuju moc a zdravím celý SZH Racing Team. Zdravím celý SZH Racing Team. Zdravím, že je to Hanz. Zdravím výročím výročím výročím. Dnes dál jsem zúčit výročím výročím. Výročím 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 výročím. Zdravím výročím. Zdravím výročím. Hallo, ich bin Arto Kalliönen von Finnland. Es ist mein erstes Mal in Red Bull-Romaniax und ich bin in Bronze-Glass und hoffe, dass ich die Reise endet. Es ist mein erstes Mal in Red Bull-Romaniax. Hallo, ich bin Manolo, das ist mein zweites Mal hier. Die letzte Mal war im Jahr 2018. Ich habe Iron-Romaniax und in diesem Mal werde ich mit Bronze-Glass zu beginnen. Und ich gebe es alles. Hallo, ich bin Ben Bord, mit Andover Massiv. Ich möchte meine Frau, Bekki Bohr, für die erste Mal in Red Bull-Romaniax kommen. Ja! Ich möchte meine Trainer, Rupert Heenan und Grant Cherntwood. Bekkaub! Let's go get it! Hallo, ich bin Leiby Digall und ich bin hier zum Run-Romaniax für den ersten Mal. Und ich hoffe, dass ich es sehr gut bin. Also, ich bin den Pfei wieder richtig, mit dem kraft ort auszulegen. Ich bin hier nachhaltig. Und ich bin hier ganz nett. Zumick, dass ich den Pfei verbreiten kann. Ich bin wieder in. So, ich bin Doppel. Ich bin einfach einfach nicht. Ich bin schon mal. Ich bin ganz nett. Ich bin einfach nicht. Ich bin immer wieder! Ich bin einfach nicht hinterher. Ich bin hier Und hier ist es. Ich bin ganz nett. Ich bin hier, um Spaß zu machen und zu bekommen eine Bronze Medal, ein Finisher Medal. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, 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 ich bin hier Es ist ein Traum, dass es wahrgenommen wird. Ich habe die Zeit, die Zeit zu beginnen. Ich hoffe, dass alles gut funktioniert. Hallo, ich bin Juri Boss. Ich bin aus den Niederlanden. Ich werde hier die Bronze-Klasse fahren. Ich bin hier vorhin, in 2013. Das war ein paar Jahre lang. Und ich hoffe, dass ich dieses Jahr enden will. Und die Ridingen genießen. Mein Name ist John Rowley. Ich bin aus der UK. Ich habe die Zeit, zwei Jahre auf der Trot. Und ich dachte, ich werde versuchen, Romaniacs zu probieren. Das Jahr. Das Jahr. Das Jahr. Das Jahr. Das Jahr. know! Hallo, mein Name ist Johannes Simm, ich bin aus Österreich. Es ist mein erstes Mal hier in Rumänien und ich werde in der Bronze-Klasse teilnehmen. Ich werde ein wenig nervös, aber ich freue mich auf die Runde und hoffe, ich sehe die Schlussfolgerung. Ich werde ein wenig nervös, aber ich freue mich auf die Runde und freue mich auf die Runde. Ich bin Jose García, wir sind im Red Bull Romaniacs 2022, in der Bronze-Klasse-Klasse, ich hoffe, dass wir sehr guter Ergebnisse sind, zwischen den ersten 50 und vielen Dank. Ich wünsche euch allen die Guatemala-Klasse-Klasse. Ich bin Jose García, wir sind in der Bronze-Klasse-Klasse-Klasse-Klasse-Klasse. Ich bin Jelmo von Holland, das erste Mal hier in der Bronze-Klasse-Klasse-Klasse-Klasse-Klasse. Ich bin Jelmo von Australien. Das ist mein erstes Mal in Rumänien. Ich bin sehr hart für dieses Mal aus. Ich bin drunter, mein Ziel ist es zu Ende. Ich werde es alles beenden und werde ich bis zum Schluss, nicht zu Ende. Ich werde mich nicht zu Ende sein. Das war's für heute. 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 I'm here in the Romaniacs competing at the bronze class and I'm aiming just to have fun, lots of fun and finish. Let's go. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hi, my name is Markus, I'm from Germany and I'm here to race the bronze class and after finishing last year's iron, I try to finish this year as well and have fun. Hello, I'm Steve, I'm from the Netherlands, I'm here with my team Holland and most important thing is to have fun. Second most important is to finish the race. This is it. I'm here with my team. Hallo Leute, ich bin Gabriel, das ist der erste Mal hier in Sibiu. Ich bin sehr confused, weil eine Seite sehr glücklich und glücklich ist, die andere Seite, ich glaube, ich schlafe meine Pants. Aber ich freue mich auf dieses Adventscheid und hoffe, wir sehen uns in einem anderen Tag. Ich bin sehr glücklich und schlafe! Ich bin sehr glücklich. Hey guys, not a year, not a Romaniacs Edition. I'm already really excited, I hope it's going to be a tough one because I like it hard. Alright, let's go. Ich bin jetzt am ersten Mal hier und hoffe auf ein gutes Rennen, gute Platzierung und auf eine entspannte vier, fünf Tage. Ich bin jetzt am ersten Mal hier. Hallo, mein Name ist Edinger Zilzans und ich beginne für die erste Mal in Red Bull Romaniacs. Ich habe einige Anzüge von Videos und dieses Jahr werde ich in der Bronze-Klasse und mein Ziel ist es, dass ich jetzt keine Disqualifikation habe. . . . . . . Musik Andy Voles from the UK which is in England and I'm here to win Romaniacs Musik 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 Hello, my name is Tomas Risa I'm from Estonia and my goal is to beat my brother in bronze class. Fix it to prep to out and sufficiently and sex offensive and Stress is Ich bin Ron von Rooij von den Niederlanden. Ich bin Ron von Rooij von Rooij von Roniros. Hallo, mein Name ist Michael, das ist der erste Mal und ich mache Red Bull Romaniacs in der Bronze-Class, ich bin ziemlich entspannt für die Prologue. Ich bin nicht auf die Prologue, aber ich werde es in einem Stück, und dann freue ich mich die rest. Ich bin Yu-Yokota von Japan. Ich bin ein Amateur-Rider, in der Mitte Level. Das ist das erste Mal, ich bin Rummaniacs-Rider. Und das ist das erste Mal, ich bin aus Japan zu gehen. Ich bin sehr gespannt, dass ich das Rennen kann. Ich hoffe, dass ich das Rennen kann. Hallo, ich bin Tobi. Und meine Kumpels haben mir viel von Rumaniacs erzählt, jetzt muss ich da auch mal mitmachen und hoffe viel Spaß und Anstrengung. Hallo, ich bin Tobi. Mein Name ist Rafael Jiménez, ich bin in der Bronze Categorie, ich bin von Venezuela, vom Team Golilla. Ich wünsche mir viel Glück für alle Piloten und ich hoffe, es geht super gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hallo, mein Name ist Jonathan Wadsworth, number 454. Ich bin in der Bronze Categorie. Das ist meine dritte Mal hier. Die letzte Mal war in 2014. Ich hoffe, dass ich die Bronze Categorie vollkommen. Ich hoffe, auf Zeit, alle Tage und dann bin ich wirklich glücklich. Das wird ein Erfolg. 2 Jahre filmed. 2 Jahre Kohlen. 4 Jahre. 4 Jahre. 7 Jahre. 4 Jahre. 5 Jahre. 5 Jahre. 100 Begr an Meter. 6 Jahre. 6 Jahre Traditionaliatzen. My name is Arthur, I'm from Poland and I hope can I get the finish Blueberry Hill team. Thank you. I love you, I love you. Mein Name ist Cameron, aus der UK. Ich bin normalerweise mit Raw, Edge, Off-Road. Ich bin in der Bronze-Glas und hoffe, ich zu Ende dieses Jahrs Event. Ich bin normalerweise mit Raw, Edge, Off-Road, Edge, Off-Road. Mein Name ist Jiri Drisa, ich komme aus Estonien, und ich bin in Bronze. Ich bin normalerweise mit Raw, Edge, Off-Road, Edge, Off-Road. Ich bin normalerweise mit Raw, Edge, Off-Road, Edge, Off-Road. Ich bin Martin Semmel, aus Ostras. Ich bin der erste Mal hier bei der Red Bull Romanics. Ich bin der Bronze-Glas. Das Wetter sieht gut aus. Ich freue mich, dass ich so viel Spaß habe. Ich hoffe, ich kann die Schlussfolgerung sehen. Ich hoffe, ich kann die Schlussfolgerung sehen. Hallo, mein Name ist Nico. Wir starten dieses Jahr in Bronze-Glas. Und das Ziel ist, es zu Ende. Das ist es. Ich bin der Wind. Woohoo! 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 My name's Anthony Hales, I'm from the UK, doing bronze this time for the first time. I'm just going to see how it goes, try and get through it. Yeah, I don't know what else to say really. Thank you to Grant Churchwood for training. Terry Higgs for letting me train down his place in Juro Valley. And a thank you to the Croydon Club who I race for in the UK. They gave me a few bits and bobs. And Oliver Cleven, who runs Enduro Pro, he kindly donated all the protection for my bike. So, go to Enduro Valley, book in with them boys, go on Enduro Pro and buy yourself some bits. Hi, I'm Mark Fenwick from Richmond in England, North Yorkshire. This is my fourth time here at Red Bull Romaniacs. I decided 2013, 14 and 17 and now I'm back again in 22. I'm 51. I don't think I've got many more Red Bull Romaniacs in me, so I'm just trying to squeeze this last one in me. Red Bull Romaniacs in��iden right then. Connection to Red Bull Romaniacs in England in 182. Hallo, mein Name ist Daniel González. Ich komme aus Venezuela. Ich representiere den Team Golilla. Es ist unser zweites Jahr hier in der Red Bull Rumaniacs. Wir fahren die Bronze-Categorie. Unsere expectation ist es, dass wir die Karriere enden. Und gut, mit den ganzen Willen. Die Bronze-Categorie. Hallo, mein Name ist Quentin, ich komme aus Frankreich mit meinem Freund Peter, die schwersten Hard Enduro-Race zu fahren. Es ist ein Traum, hier zu kommen und wir hoffen, dass wir zur Schlussfolgerung kommen. Spannende Musik Ich bin Rainer Schusser aus Deutschland, ich bin hier für die vierte Zeit und möchte das Bronzglas enden. Hallo, ich bin Jinder Bercoujo, ich bin Ton von Belgien. Mein Ziel ist, dass ich die Bronze-Klasse gewinnen und meine Belgische Vinde gewinnen. Und das nächste Jahr ist dann wieder junges. Ich bin hier nicht am Ende, ich bin hier nicht am Ende, ich bin hier nicht am Ende, ich bin hier nicht am Ende. Ich bin hier nicht am Ende. Hallo, mein Name ist Lukas Kerschbamer, ich bin 41 Jahre alt, ich bin aus Austria und I hope I can finish it. Mein Name ist Chris van der Volk, ich bin Team Holland, ich bin der erste Mal hier, ich freue mich und ein spezielles Dank an mein Flextra, die mich unterstützt, und ich mache mein Best. Hallo, mein Name ist Carlos, ich bin bereit für Ress. Hallo, mein Name ist Théo, ich bin in der Bronze Klasse, ich bin bereit zu fahren und mein Ziel ist, es zu Ende die Klasse. Ich bin bereit für Ress. Ich freue mich, dass es gut ist. Let's go do some Vertical Madness. I'm sorry. Hi, I am Juan Obregón from Venezuela. I'm 58 years old. This is my first time competing in bronze class. My goals are just to enjoy the ride and finish the race. And I have to thank the team Colilla for inviting me and for the guys at home hoping for me to crash. Let's go do some Vertical Madness. Servus Leute. Mal wieder hier in the Romaniacs. Diesmal bronze class. Mir geben wir richtig Gas. Dramatis. 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 Mal-time-competitor, versuche ich, wie immer. Vielleicht bekommen wir ein besseres Platz als letzte Mal. Mal sehen, was passiert. Have a nice time. Mal sehen, was passiert. Ich bin Mauro Álamo Ruiz de Azuba. Ich bin von Venezuela. Ich bin der erste Mal im Red Bull Rumanian. Ich bin der Bronze. Ich fahre diese Karriere an meine Frau und meine Kinder, Matias und Aitor. Es geht für euch. Ich bin der 7 Liter. Ich bin Thakya. Ich bin von Japan. Ich bin der Silver Cross. Es ist mein erstes Mal mit Rumänien. So, let's have fun. So, let's go. 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 So, Iida. So, let's go. So, my name is Eric Zákostelski. Ich bin der probe. Ich bin in der Bundesrepublik, ich bin in der Bronze-Klasse, das ist meine erste Erfahrung in dieser Runde und ich hoffe, dass ich diese Runde genießen. Hallo, mein Name ist Pablo. Hallo, mein Name ist Pablo Cejas, es ist meine zweite Mal hier im Red Bull Rumania und ich bin nur hier zu participar und zu erleben die Erfahrung. Wir sehen uns am Ende der Runde. Hallo, mein Name ist Mark Hoeson aus der UK. Ich bin hier drei Mal in der Mechanik für William Moore und die Eurotech-Team. Ich dachte, ich werde das Jahr in Bronze und mein Name ist zu Ende. Hallo, ich bin Ian Parker von der UK. Ich bin der erste Jahr im Red Bull Rumaniacs. Ich würde sagen, vielen Dank an Phil Roper und I.D. Deckels. Ich habe jetzt all die gear, keine Ahnung. Und ich freue mich auf meine Freunde, Stevie und Craig Roper, als wir können sie nicht aus dem Phezent. Danke. 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 Das BD28, Steiermark, Austria, Karriere, 26 Jahre, schon Motorradfahren und heuer haben es das erste Mal geschafft, dass ich bei den Red Bull Romaniacs teilnehmen kann in einer klasse Bronze. Ich glaube, das tut es für mich leicht, für die nächste Woche 46 Jahre alt. Ich gebe mein Bestes und danke für die Unterstützung, die ganze Familie und alle. Und kürzlich verstorbener Onkel, hilft mir dabei, dass wir das durchdecken. Wir haben ein gutes Team mit, gute Mechaniker, die uns stark unterstützen und ok, selber gebe ab. Hallo, schön dabei zu sein, die Bull Romaniacs und hoffentlich kommen wir unfallfrei wieder heim. Hier geht's. Thomas Simson von der UK, Riding Bronze Class, just hoping to get finished. Riding Bronze Class, I hope to finish the race and have a great experience. Riding Bronze Class, I hope to finish the race and have a great experience. Okay, until the finish line, without any hurt. Okay, thank you. Riding Bronze Class, Riding Bronze Class, I am Stefan, I am riding Bronze Class. I am from Austria and I hope to finish the race in good conditions. Riding Bronze Class. Riding Bronze Class, Riding Bronze Class, Riding Bronze Class. Hallo, ich bin Peter aus Frankreich. Ich hoffe, ich habe eine schöne Runde und mit meinem Freund Kante Menach. Ich bin froh, dass ich da sein. Ich komme aus England, wir sind hier für eine gute Zeit. Ich bin froh, ich bin froh. 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 Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, 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 ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, 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 ich bin froh, ich bin froh. Das war's. Ich bin André Lamberti aus Italien, ich bin hier für die größte und größte Gara di enduro estremo, di hard enduro nel mondo, spero di divertirvi e sono qua per divertirvi, speriamo di finirla, finirla al meglio. ... Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo, mein Name ist Nils Asmosen. Ich komme aus Deutschland und das ist das erste Mal Red Bull Romaniacs. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Hallo, ich bin Nils Peters. Ich komme aus Belgien. Ich bin ein Ex-Freestyle Motorcross-Rider. Ich hatte ein schlechtes Crash vor sechs Jahren. Ich habe ein paar Jahre mit mir zu finden, um ein neues Ziel zu erreichen. Und nun Red Bull Romaniacs 22 ist es definitiv. Ich trainiert hart für ihn und hoffe, ich habe eine gute Zeit. Ich habe ein wenig über Keyboard spflegt, oder? Nein,AMERLmern Crafts... Wie geht's, Leute? Das ist mein zweites Mal bei Red Bull Romaniacs in Seaview. Ich kann nicht warten. Ich mache die Bronze-Klasse wieder. Hoffentlich kann ich ein guter Job dieses Jahr, und vielleicht kann ich ein Silber das nächste Mal probieren. Ich komme aus den USA. Ich hoffe, ich habe eine gute Zeit. Ich binelasin für sie. Ich bin composerpulten. Ich bin das, das ist in tych Jahren mit Dir. Ich bin der Person. Der ist ein Buss, die wird die Bohr. Ich kann nicht weitergehen, dass sie sich in der Produktion beginnieren. Der ist nicht alle. Ich bin derase, die Leute. Sie sind dort, Deine ist ja nicht möglich. Ich bin der Herr Beide, und ich wollte diese Leute von der Hand machen. Hallo, mein Name ist Charlie Goddard, ich bin vom United Kingdom und ich bin in der Bronze Class und das ist mein erstes Mal, also ich bin nur noch zu Ende, das ist es wirklich. Nein, nein. Hallo, mein Name ist Nico Heinrich, ich bin aus Deutschland. Ja, ich bin hier für die erste Mal, weil ich 30 Jahre alt bin und es ist mein Geburtstag. Ich hoffe, ich habe Spaß mit all den Räsern. Ich hoffe, dass ich es enden kann. Ich bin hier, um einfach Spaß zu haben. Ich bin bereit für die Kurs. Ich hoffe, ich hoffe, dass ich den Weg in der Kategorie Bronze finden. Ich bin bereit für die Kurs. 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 Ich hoffe, ich werde es bis zum Ende fahren. Wir werden sehen, ob es wird kalt. Das ist was ich, aber wir werden sehen. Es wird schön. Ich bin bereit für die Kurs. 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 Mein Name ist Golda, Máglen. Ich komme aus belgiblen. Es ist meine ersten Zeit gegen Red Bull Romane. Ich bin bereit für ein gutes Fehler und Spaß. Mir nehme ich anfle vaccine! in der letzten 100 oder vielleicht 15. Hey, I'm Karls Rennfeld, aus Latvia, aus Riga. It's my first time in Red Bull Romaniacs, and my goal is to finish the race the best I can. My name is Shiemoku, I write bronze class. And they come from Germany. And they come from Germany. And they come from Germany. I came here to race Red Bull Romaniacs and have a good time. And they come from Germany. Hallo, ich bin Nikola Suter von Zwitserland. Und ich hoffe, dass ich es enden kann. Hallo, ich bin Adrian Cantrop. Und es ist die dritte Mal, dass ich die Red Bull-Romaniacs machen werde. Ich hoffe, dass wir auf der Schlussfolgerung bleiben, mit kein Schrauch und alles. Und ich hoffe, dass wir hier in den Romaniacs einen guten Abend haben, zusammen mit meinem Freund. Und das hoffe ich. Ich bin Edgar Silvič, ich bin von Latvien. Ich bin der German-Romaniacke und ich bin der einen guten Tag. Ich bin der 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 Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hello, my name is Bowden Hunt. I'm from England, Derbyshire. I'm 32 years old. This is the first time I've done it and I'm doing bronze class. Thank you for the opportunity. Thanks to my friends for bringing me. Hello, my name is Jakob Dukupil. I'm from Germany. This is my second time here at the Red Bull Romaniacs. I'm riding bronze class this year. A little nervous because a lot of people told us about very steep downhills. I'm excited and looking forward to the race. Hopefully without injuries and having a lot of fun. Let's rock it. First year here, traveled all the way from the United States to have a good time and do what we can to finish. Thank you. D'animal 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 Ja, ja, ja! Hallo, ich bin Sarah Irlanda, ich bin Prv na Romaniaxu. Ich wollte mich bedanken der Familie, die ich hier habe. Und mein Ziel ist es, dass es wenig zu gehen. Rrrrrrrrrr Ich bin Rick Drupbel und ich bin in der Bronsklasse mit meinem Freund, Art, die steht hinter mir. Es geht mir um ein Rennen, Heelblijven und eine gute Zeit. Das werde ich machen. Ich bin ein Rennen. Ich bin ein Rennen. Es ist toll, dass ich hier sein kann. Es wird, glaube ich, mein 10. Mal, dass ich eine Hard-End-Roll bin. Es wird viel Schmerz und viel Schmerz. Aber ich glaube, es wird viele gute Erfahrungen und Erfahrungen sein. Und ich hoffe, neue Freunde und viele gute Leute. Es ist toll, dass ich hier sein kann. Danke. Herr Winkler, agrécie mich ins Gelächter. Der Winkler ist sicher, dass ich hier ein Rennen finde. Dann kann ich mich sicher, dass ich gerade auch wieder erwartiere. Ich bin ein Rennen. Aber im Rennen wird es nicht so, dass er ein Rennen wird. Der Winkler ist mir jetzt sicher. Deshalb ist es wirklich etwas, was ich mich hier über mich war. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 I'm the first-timer in the Romaniacs, and my goal is to actually finish, and I'll be happy if I'm going to be somewhere in the first half. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hello, my name is Mauricio Villarreal, I'm from Mexico, I'm 35 years old, this is my first time in Romaniacs, I've been wanting to come to this year's race since like 7 years ago, and it's like a dream come true for me to be here competing, and I'll do my best to finish the race in one piece, and try to do as best. result as I can, possibly can. silicon 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 Hallo, mein Name ist Hohan Evlan, ich bin ein Husqvarna 300. Ich bin eine Bronze-Klasse für MB-Racing, ich hoffe, dass ich diese Aufhäuser und Unterhäuser und die Hälfte überlebt und ich hoffe, es wird gut sein. Ich bin ein Husqvarna 300. Mein Name ist Ian Robinson, ich bin aus der UK, meine Freunde callen mich Robbo, ich bin 57 Jahre alt, ich bin in Bronze-Klasse, ich bin 525. The objective of this year, my first Romaniac, ist es, ich bin zu Ende, und ich bin der Challenge. Musik 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 Salut, Nicolas, je viens de France, première fois ici en Roumanie sur cette magnifique course. J'espère aller au bout, faire pourquoi pas un bon résultat, prendre un maximum de plaisir et passer une bonne semaine avec les amis qui sont venus, Jean-Michel et Alexis. Merci. 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 Hallo, mein Name ist Nico und ich stehe Bronze hier bei Red Bull Meriniacs. Mal sehen, wie es geht und ich hoffe, dass ich gewinnen. Die Reise der Bühne ist ein Stück weit weggekommen. Hallo, mein Name ist Vladimir. Ich bin froh, dass ich in Romaniak 2.2 bin. Ich bin froh, dass ich in Prologue 2 Jahre alt bin. Ich bin froh, dass es sehr gut ist, sehr gut ist. Ich denke, dass dieser Romaniak sehr gut ist. Ich bin froh, dass ich wieder in den Red Bull Rumaniacs 2022 bin. Ich hoffe, dass ich eine fantastische Kurszeite habe. Ich hoffe, dass ich eine fantastische Kurszeite habe. Ich bin froh, dass ich wieder in den Red Bull Rumaniacs wiederum bin. Das ist ein ziemlich grosser Kurszeite. Es wird mit den 4 Jahren wiederum geöffnet. Und dieses Jahr 2020. Ich bin froh, dass ich die Kurszeite habe. Vielen Dank für die Vorbereitungen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR